Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar Zurück mit Bomber Crew Da sind sie, die besten Piloten Crewmitglieder der besten Maschine der Welt Walter 2 Davor war auch die beste Maschine aber Na gut, ja? Warum hat eigentlich Kleve den Helm an? Hatte ich kein Geld mehr? Ich weiß es nicht Na gut, wie auch immer, los geht's Ich drück jetzt mal nicht aus, irgendwas ist neu Ach so, stimmt ja! Das Skindelz hat jetzt funktioniert aus irgendeinem Grund Äh, jetzt müsste ich eigentlich Ne, hab ich nicht Keine neun großen Skins, also das nächste Wir machen auf jeden Fall mal einen, den hier Als nächstes Aber große Skins hab ich jetzt nicht bekommen Das wundert mich eigentlich Skinpack aktiv, aber keine Ahnung Ja Egal, Briefing Wir machen heute die nächste auch Mission Danke nochmal für den Tipp Angeblich kann ich die Crewmitglieder direkt teilen mit dem Medic Aber, ach so, apropos Ersatzpiloten können nur Werden der Mechaniker Ist das richtig? Das sehen wir jetzt Ähm Zimmermann Umschulen Wenn ich das jetzt mache, dann verliere ich seinen Medic Ne? Aber ich hab ja noch andere Medics So ist ja nicht Pilot, tatsächlich! Dann machen wir das mal Oh! Na, wie fühlst du dich jetzt Linus? Jetzt bist du ein bisschen zu special, ne? Haha Ähm Andere Medics sind Ach, Cleve ist ja Ersatzdingens Voltrocks Äh, ich müsste eigentlich einen Side-Gunner Ich müsste eigentlich, ah gut Der Skill-Loop-LP ist auch Medic Na, wie geht's dir? Diese Augen sagen Medic Ja? Los geht's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hehehe Los geht's! Ich wollte eine Nebmission machen Das sind aber U-Proton, diese Flugmissionen, ne? Deswegen wollte ich die nicht machen Ich hab jetzt vor einer Woche das letzte Mal gespielt Wegen viel Aufnehmen Die alliierte Invasion Siziliens läuft! Wenn wir die Insel einnehmen können, ist das Festland in Reichweite Schließe dich dem Angriff an und hilf unseren Einheiten Den Landekopf zu überstehen Los geht's! Überstehen oder zu sichern, wahrscheinlich soll das heißen Puh Wir werden wieder kommen Ich bin der beste Pilot Und das ist auch mein Name Also er hier Äh, so, dann machen wir erstmal Lock Mager Jetzt mal ein bisschen Benzin sparen Dann wollen wir mal um den Exekutor Ist Cancell-Gunner Scheint, dass ich nicht die Start-Layout irgendwie setzen kann Weil Ich weiß auch nicht So, Skill-Loop geht dahin Simlicious Voltrocks Also heilen kann ich angeblich Sobald diese grünen Lämpchen über den Köpfen leuchten Kann ich da drauf drücken, um die zu heilen Mit Medikit! Aber wenn er fortgeschritten ist, dann noch ohne So, Skill-Loop ist unser Medic hier Weil er ist eigentlich am unwichtigsten Maschinengewehr Tut mir leid, das zu sagen Aber es sind halt Cancell, Cancell, Cancell Das sind die wichtigsten Diese drei Geschütze Also die müssen halt immer besetzt sein Haben eigentlich unten irgendwas gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr Auf jeden Fall sind wir Pleite So, Taddle geht erstmal in ein Seitengeschütz Ne, wir brauchen noch einen rechts, ne Jetzt kommt man mal drauf an, wo die kommen Verteige die Schiffe Oh man, ey Was bitte meinst du? Flieger Oh, es geht jetzt schon los Wo denn? Da Wollen wir direkt mal Wir geben Wir geben mal kein Risiko ein Äh Taddle geht aufs andere Von Munition Fokus Oh, das sind noch große, oder? Ich hab's jetzt nicht... Oho, der hätte jetzt schon geschossen, Alter Ich hab jetzt schon... Oh man Alter Da kommen jetzt schon die dicken Maschinen Korrigiere Kurs Passagiere, bla 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 Okay, alles läuft Wir sparen Benzin Besser ist das Oh man, ey Da haben wir schon Loch und da Guck mal hier, dieser Ausguck Dieser kleine hier Für wen ist der denn? Wahrscheinlich, um irgendwie noch umzucken gegen irgendwas Fand ich die Kampflieger auf dem Radar Oh man Hallo, ich bin noch nicht mal um mehr Letzt sich Fokus noch auf, oder? Bist man ins andere Maschinengewehr? Soweit die schießen Ich warte jetzt, bis die schießen Jetzt Beziehungsweise 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 Sehr gut No one messes with the best The best plane Hoffentlich stimmt das hier mit den Punkten noch Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Mission das gemacht habe Aber wir müssten hinkommen Das neue Mission, dann haben wir die Hauptmission Das kann nicht sein, oder? Ne, wir müssten Ich weiß es nicht Ich spiele zu viel Ich spiele zu viele Spiele Ich komme gar nicht mehr hinterher Neuer Kurs gesetzt Korrigiere Kurs Slow-mo aufgeladen Also niedriger Höhe spiele ich eigentlich am liebsten Mittlerer nur, wenn es nicht so bewölkt ist Aber wir müssen ja Schiffe beschützen Deswegen müssen wir niedrig bleiben Wir machen nochmal mager Solange wir Zeit haben So, Kleewee, wie sieht es denn hier aus? Ah ne, das ist Lockenzugi Sehr gut Brand-Munition eingesetzt Brand-Munition eingesetzt Okay, da kommen die neuen Ich überlege Ich überlege, ob ich jetzt schon die Begleitung hole Das wäre eigentlich eine gute Idee, oder? Ich weiß es nicht Theoretisch schon Jetzt schon die Begleitflieger holen Oder ich warte erst, wenn das Fliegerass kommt Das wäre eigentlich eine bessere Idee Kommt schon, kommt schon Kommt schon Mann, die sind auch weit weg Wenn die weit weg sind, treffen die am besten Aber wenn die nah sind, dann nicht mehr Boah Guck mal Oh, das ist auch wieder ein großer gewesen Jetzt brauchen wir mal Aufklärung hier Wo ist der Kartograf? Da Lockenzugi, ich sitze mal vorne Ich seh den halt nie Jetzt sind wir fast da Wir warten aber noch Okay, es geht schon los Okay Jetzt sollten wir die eigentlich mal rufen Eigentlich schon Aber noch läuft es ja Nicht, dass es sich nicht lohnt Aber Besser jetzt und dann nochmal beim Rückweg Ich hol sie jetzt Besser ist das Wir machen das jetzt Da sind's die Transportschiffe Okay, wir haben ein Ziel Wahrscheinlich ein U-Boot Taddel Geh an die Bombenluke Oh man, diese bescheuerte Moment So, ich hoffe er ist jetzt nicht Kann sein, dass das Desktop kurz da war So, was haben wir denn da? Okay, wir müssen da schnell hin Turbo! Wollen wir uns mal ein bisschen beeilen Nähere mich jetzt Oh, wir verlieren schon Oh scheiße, ich hör was Okay Scheiße! Mann ey, blöde Diese Browsernachricht Ich weiß auch nicht, wie ich die ausmache Ich hoffe ich habe alles getroffen Komm schon! Komm schon! Nein! Wir haben eins verloren! Das war's! Gebiets säubern, okay Toll, die Flieger sind wieder weg, oder? Oh man ey! Was ist das denn? Achso, Dingenspummens Alter! Wo ist das? Alles markieren? Wir brauchen Taddel da nicht mehr Taddel geht jetzt nach vorne Bombenluke sind zu Okay, wir wissen noch, die auch Truppen ausschiffen Das wäre auch cool Okay, alles klar Boah! Was soll denn für ein Absturz? Ein bisschen da rüber Na, jetzt kehren sie zurück Na gut, immerhin haben sie irgendwas gemacht Haben wir schon irgendwann verletzt? Nee, ne? Können wir doch nicht testen Aha, okay Nein! Adios! Scheiße, noch einer Und noch einer Verletzte! Nein! Er ist auch weg! Boah! Was ist denn da los? Haben die irgendwie Bomben an Bord? Oh oh! Okay, Linus! Löschen! Okay, ab nach Hause Kommt aber keine Panzer raus oder so Nee, nee, die sind nur da am Land Schade! Wer weiß! Bombercrew 2 Das wäre cool, wenn es kommen würde So! Auf zur mittleren Höhe Offenbar ist nicht zu kalt heute Und wir gucken mal, ob wir heilen können Und zwar mit ihm Da auf das Dingenszeichen drücken oder was, ne? Guck mal Ich wusste gar nicht, dass das so war Ich hab's vergessen oder was auch immer Mittlere Höhe Guck mal, er macht's auch ohne Medipack Hast du jetzt nur Flak? Wir haben noch einen halben Tank Das ist gut Auch nochmal hier Dingens Sauber Wollte ich schon sagen Äh, reparieren müssen wir nichts, ne? Ist nur am rot leuchten Nee Wir haben keinen Leck im Treibstoff Das sieht alles gut aus Navigieren können wir auch Mal den Piloten hier ein bisschen gänzieren Ist auch super Wusste ich nicht Keine Ahnung Ich kann mich auch nicht erinnern Das bei dem ersten Durchgang gemacht zu haben Ich dachte immer, dass das Auto hiel Passive Heilung halt Keine Ahnung Ist halt so Kann ich nicht ändern Skilloop ans Maschinengewehr Es geht weiter Du auch ans andere Ist auf jeden Fall zu kalt hier oben Frieren tun auf jeden Fall ziemlich Es geht noch Ist nicht zu kalt Aber ein bisschen tun sie frieren Wir stürzen schon ab Wie weit sind wir denn jetzt schon? Wir haben noch einen Weg Ein bisschen mehr als die Hälfte Machen wir einmal eine Magererfüllung Jetzt wird so Raketen-Dinger kommen Die ja nur auf die Motoren schießen Das wäre übel Aber geht ja gerade alles Ein bisschen Sprit sparen Wir wissen ja nicht was passiert Mustang anfangen Siehste genau deswegen Muss man sie eigentlich früh absetzen Die machen wir jetzt direkt Weißt du? Die können wir nämlich jetzt super gebrauchen Mach jetzt alles an Okay Wir sind gleich aus der Höhe hier raus Wegen der Kälte Da kommt noch mehr Kein Ass? Da ist er Oh ist gepanzert ne? Ne Oder wir haben mit Panzerbrechen Da haben wir die Zunge geschossen Ja da sind sie Siehste ich wusste es Ach das sind die Dingens Sehr gut Mustangs Mustang Sehr schön Ah wir kaufen uns was Feines So Niedriger Höhe Notsturzflug Dann sind wir direkt unten Neue Kampfflieger am Radar Fast Okay Sind das die einzigen? Ich glaube für einen Ass ist es jetzt zu spät Ja Unser Flugzeug sieht ja noch recht gut aus Ich sollte es nicht sagen Boah die Mustang ist da oben Sieht so geil aus ne? Wie sie die abknallen Fand ich der Kampfflieger zerstört Das ist einer mit einer Rakete jetzt hier Und Slow-mo Missy malicious Brandfokus Fokus Hat sich geschafft ist heute Abend wird direkt abgeknallt Das kann man kein Dingensbummins ne? Äh innerhalb von 1,57 abschließen Und los Wir wollen nach Hause Ja 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 Landen die auch? Das würde ich mal gerne wissen Die verschwinden einfach ganz komisch Guck mal wie das aussieht Ne fliegen woanders hin Oh oh Halt einfahren Und Oh scheiße Ähm Okay alles klar Wir haben nur Halbes Lande Dingens Okay Ultrocks Ne Similicious Pass auf Ja Wir müssen nochmal Und dann Notlandung Wir haben keine Räder Geht nicht Können sie nicht benutzen Da ist nochmal Schienengewehr Tunnel geht an den Bombenschacht Er müsste jetzt aber nochmal einen Anflug machen Notlandung Ausstieg ist immer so blöd aber Ich muss Notlandung sagen ne? Versuche neue Landen Anflug Fahrwerk muss ausgefahren werden Geht nicht Haha Geht doch Das zählt doch Komm schon Das war meine erste erfolgreiche Notlandung tatsächlich Mission erfolgreich Komm schon Wir sind zurückgekehrt Ja Walter ist wieder da Ah 5000 Echt? Das ist doch gar nix Das ist gar nix Das ist gar nix Neue Fähigkeiten Lieber uns immer einen Notsturzflug Achso er ist ja jetzt Pilot Angeber Dann gucken wir mal Weiter Nachbesprechung Was wollt ihr machen? Geschütze upgraden ne? Flugzeug Obwohl die ja gut waren Können die nie gut genug sein Rumpf Flügel Komm her geht jetzt Rumpf 3 Ja? Wir sind mal schon überall MK2 Das ist ja schon mal gut gepanzert Ähm Dann gehen wir mal auf bei Motoren nur kurz überprüfen Standard 2 1 1 1 Das ist auch peinlich Eigentlich wirst du die Motoren upgraden Aber die kosten auch schon 3000 Ja? Das ist halt das Blöde Was haben wir denn? 50 Kaliber da 50 Kaliber hier Geschützturm Mitte ist äh unsere unsere Rotze Komm wir machen mal aus dem ein 4er Mit der Institution des Gegenstands würde dein Bomber sein Gewichtslimit überschreiten Rüste einen Motoren auf oder ein höheres Gewichtslimit zu erreichen Achso Ja da müssen wir jetzt sowieso mal Motoren machen Auf der anderen Seite ne? Mal hier den inneren MK2 Jetzt haben wir noch 2000 Wie sieht's denn mit Überleben aus? Zauber haben wir Das haben wir Ausrüstung Haben wir Das Das Äh da Äh Komm wir machen mal hier rein ein 3er So Da haben wir noch einen Medikits noch einen Fallschirm Ja? Aber eigentlich brauchen wir mehr Medikits Aber ich will auch noch einen Fallschirm mehr haben für alle Ja? Aber man weiß ja nie Lieber noch eins haben Äh Okay Das war's mit dieser Folge Leute Nächste Folge geht's weiter und würde sagen bis dahin Haut rein Leute Mal hier Mal hier Zauber